Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch zeigen, wie wir wirklich sehr einfach und auch ziemlich schnell Bilder und Videos von unserem Smartphone auf unserem Windows 10 PC übertragen können. Das gilt hier sowohl für Android als auch für iOS. Allerdings brauchen wir wie gesagt einen Windows 10 Rechner, damit das funktioniert. Diese Option hier ist ziemlich neu, die gibt es seit ein paar Tagen. Microsoft hatte das schon angekündigt letztes Jahr, dass das kommt. Nun ist es jetzt da. Das können wir jetzt einfach finden und zwar einmal auf dem PC hier, wenn wir die Windows Taste drücken und einfach unsere Fotos eingeben. Die Foto App hier aufrufen. Zack. Und hier haben wir die Möglichkeit Fotos importieren. Wenn wir hier einmal darauf klicken, haben bzw. wird das jetzt bei euch wahrscheinlich ausgeschaltet sein. Deaktiviert die Option. Also wenn wir jetzt nochmal starten, sieht hier so aus. Fotos importieren. Hier haben wir zwei Optionen von Ordner oder von USB Gerät. Wenn die WLAN Option hier bei euch fällt, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann müssen wir einfach hier über diese drei Punkte hier, dieses Menü halt, auf Einstellungen und hier haben wir die Option hier Vorschau. Ja, helfen Sie Microsoft beim Testen des Problems. Also das ist noch eine experimentelle Funktion hier, wie man hier lesen kann. Ja, ist noch eine Testphase. Das kann jederzeit geändert oder entfernt werden auch. Okay, das müssen wir jetzt hier aktivieren, ja einschalten. Dieses Vorschau, genau das gibt es ab dieser Version hier denke ich. Okay. Zack. Und jetzt haben wir hier die Option vom Mobilgerät über WLAN. Ja, jetzt müssen wir natürlich, also auf unserem Smartphone, müssen wir, wenn ich das wieder finde, hier genau das, müssen wir die App installieren, ganz normal aus dem Playstore. Die nennt sich Fotos Companion hier. Ja, einfach, ich habe das jetzt schon installiert, um Zeit zu sparen. Ich schließe das mal, sieht dann hier so aus irgendwo. Genau, das ist das hier. Ja, Fotos Companion nennt sich das. Das können wir jetzt einfach starten. Hier, ich klicke mal drauf, sieht dann so aus erstmal. Ja, hier steht nochmal das, äh, eine, ja, Experimental-App. Also das ist noch, ja, so eine Art Beta-Version, wenn wir so wollen. Ich mache mal das hier ein bisschen kleiner vielleicht, äh, damit wir beide sehen können, hier sowohl den Smartphone als auch unser Windows 10 PC hier. Genau. Also das ist jetzt die Windows 10 Maschine und das ist mein Smartphone hier. Und hier haben wir die Möglichkeit, genau, also importieren hier von Mobilgerät, jetzt ist, okay, äh, von Mobilgerät über WLAN. Also ganz wichtig ist hier, dass beide Geräte in dem selben Netz sind. Ja, die müssen an dem gleichen Access Point, in dem gleichen Router, äh, verbunden sein. Sonst funktioniert das nicht. Ich klicke hier einmal drauf. Zack, über WLAN und schon bekommen wir hier diesen QR-Code hier angezeigt. Und auf dem Smartphone haben wir jetzt hier unten, ja, Send Photos. Da öffnet sich jetzt der, oder erstattet der Scanner. Wenn das jetzt funktioniert. Jetzt, zack, genau. Die käme hier und wir müssen einfach den QR-Code. Hier können wir einfach Bilder oder Videos auswählen. Ich mache jetzt die beiden hier als, äh, äh, ja, Beispiel. Und hier auf dann. Und schon geht es Ratz-Fratz wirklich. Ja, haben wir gesehen. Das geht sehr schnell. Es kommt natürlich auf die Verbindung auf, darauf an. Und schon haben wir hier unsere Bilder übertragen auf unserem PC. Mit Videos funktioniert das natürlich genauso. Ähm, genau. Jetzt wurde hier ein Ordner erstellt auch. Ich mache mal das wieder ein bisschen größer. Wenn wir jetzt nicht jedes Mal hier über dieses Fotoprogramm aufrufen wollen, die Bilder und Videos, dann haben wir hier irgendwo, in den Bilderordner hier, genau. Also hier unser, ja, diese, ich gemacht, genau. Unter Bilder haben wir hier imported from Photos Companion. Und schon haben wir jetzt hier unsere Bilder, äh, auf dem Rechner. Ja, genau. Also, das geht sehr schnell, wie wir gesehen haben und auch ziemlich einfach. Ich fand das ganz nützlich vielleicht, diese Option. Ich, ja, hoffe, dass es für euch interessant war oder ich euch weiterhelfen konnte damit. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.